...redeweit starkes Demo-Vorbereitungsschneid. Am frühen Montagmorgen wurden mehrere Schüsse auf eine Unterkunft für Asylsuchende in 3 Eichenhain abgefeuert. Bei dem versuchten Mordanschlag wurde eingeflüchteter Reich verletzt. Die Hintergründe sind derzeit noch unklar. Angesichts einer sich stetig verschärfenden, aggressiven Stimmung gegen Asylsuchende und täglichen Angriffen auf deren Unterkünfte, muss jedoch befürchtet werden, dass der Anschlag rassistisch motiviert war. Solche Taten passieren nicht im luftleeren Raum. Seit Monaten netzen Tausende bei Pegida auf den Straßen. Die Umfragewerte für die AfD sind hoch, erst kürzlich beschärfte der Bundestag das Asylrecht. Die öffentliche Debatte, etwa die Diskussion um die sogenannten Obergrenzen, lässt jede Solidarität mit Menschen, die vor Krieg und Verfolgung für ihn vermissen. Diese rassistische Stimmung bietet den Nährboden für Übergriffe auf Unterkünfte und Gewalt gegen Menschen. Sollte es sich bewahrheiten, dass Rechte hinter dem Anschlag in Dreieich stecken, muss man sich wieder einmal betragen, wie lange man die Augen vor Rassismus und Rechtsextremismus noch verschließen möchte. So sagte etwa Dreieichs Bürgermeister in einem Fernsehinterview, es habe in der Vergangenheit keinerlei Hinweise auf rechte Tendenz in Dreieich gegeben. Es gebe, Zitat, aber sicherlich Bürgerinnen und Bürger, die verständlicherweise ihre Sorgen und Ängste artikulieren. Wir positiver Darstellung klar widersprechen. Im Jahre 2010 etwa wurde die für das SPD-Sommerfest aufgestellte Zelte mit Nazi-Parolen beschmiert. Mehrfach kam es auch zu rechten Graffitis an der Rekaler Hochschule, unter anderem in Form von Hakenkreuzen und Sprüchen wie Deutschland den Deutschen. Schülerinnen und Schüler dieses Gymnasiums berichteten in der Vergangenheit von Mitschülern, die im Unterricht Kleidungsstücke von Thor Steinert trugen, eine unter Neonazis geliebte Modemarke. Rechtse Sticker finden sich überall im Stadtbild. Bei der Europawahl im Jahre 2014 erzählte die AfD, die nicht erst seit kurzem vor allem mit der Hesse gegen Migrantinnen und Migranten auf Stimmenfang geht, mit 8,9 Prozent ein Ergebnis, das über den bundeswilligen deutschen Durchschnitt lag. In einigen anderen Kommunen im Kreis Offenbach lag das Ergebnis sogar bei über 10 Prozent. Im sozialen Netzwerk Facebook entfachte sich über die Meldung, dass eine größere Zahl Asylsuchender in drei Eich untergebracht wurden, eine zum Teil rassistisch geführte Debatte, in deren Verlauf unter anderem Geflüchtete als Eselficker bezeichnet wurden. Und erst vorgestern wurden im benachbarten Neu-Iseburg am Rande einer Mahnwache gegen Rassismus von Dorftottern aus dem rechten Spektrum Feuerwerkskörper gezündet. Deshalb steht eines fest, das Kleinreden von rechten Tendenzen und die Bagatellisierung von rassistischen Mobilisierungen gegen Asylsuchende als Sorgen und Ängste ist nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems. Es scheint, es gingen zu manchen Akteurinnen und Akteuren vor Ort vor allem um die Inmützschläge einer über Nacht in die bundesweiten Schlagzeilen geratenden Feindschaft. Eine kritische Auseinandersetzung mit eigenen rassistischen Potenzialen wird auf diese Weise umgangen. Keine Frage, Rai-Ise ist nicht Teilenauf. Von einer organisierten Neonazistin oder einer mehrheitlich feindlichen Stimmung gegenüber Asylsuchenden kann nicht die Rede sein. In den vergangenen Monaten wurde tief ehrenamtliche Arbeit von Verschüttung von Asylsuchenden geleistet. Kleiderspenden wurden organisiert und strafflose veranstaltet. Verschiedene Initiativen wie das Netzwerk Fischling-Filfe Rai-Ise sorgten mit ihrem Engagement dafür, dass die Geflüchteten das Angekommen erleichtert wurden. Dennoch handelt es sich beim Rassismus um ein gewandt gesellschaftliches Phänomen. Er ist kein Relikt aus alten Zeiten, den nur eh die Rechtsbrüge nacheifern. Er ist ein gesentliches Strukturelement dieser Gesellschaft. Rassistische Macht- und Ungleichheitsverhältnisse strukturieren staatliche Institutionen und das Rechtssystem genauso wie internationale Beziehungen und zwischenmenschliche Kommunikationen. Sollte sich also bestätigen, dass der Anschlag auf die Asylsuchenden unter Kunst einen rechtsextremen Hintergrund hat, kann das niemanden ernsthaft verwundern. Nicht obwohl, sondern gerade weil sich dieser Anschlag in einem durchschnittlichen westdeutschen Städtchen und nicht in einem ostdeutschen Nazi-West ereignet hat, gilt es, den gesellschaftlichen Joachismus in seiner Gesamtheit in den Blick zu rücken und zu bekämpfen. Nicht, weil wir zur jetzigen Zeitung sicher wissen können, dass es sich um einen rechten Anschlag handelt, gehen wir heute auf die Straße, sondern weil wir uns in einem gesellschaftlichen Klima befinden, in dem solche Vermutungen traurigerweise angestellt werden müssen. Allein im letzten Jahr gab es 556 Angriffe auf Unterkünfte für Gepflichtete. Das muss ein Ende haben. Mit unserer Demonstration wollen wir ein Zeichen der Solidarität setzen. Wir freuen uns über alle Teilnehmenden, die unser Anliegen teilen und bieten uns lautstark auf die Straße tragen sollten. Das Problem heißt Rassismus, Refugees Welcome. Vielen Dank. Vielen Dank.